So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Es ist schon ein paar Tage her, da wurden neue Infos zur Zeno-Tour rausgehauen, global, wie auch in Los Angeles. Ich habe jetzt ja noch gar kein Video dazu gemacht, ich habe jetzt ja noch gar nichts dazu gesagt, aber nein, ich habe das natürlich mitbekommen. Ich wollte erstmal abwarten, ich hatte andere Projekte hin und her. Jetzt gibt es natürlich noch mehr Infos und so weiter und ich möchte trotzdem mal meinen Plan für das globale, äh, nicht Go-Fest, das ist ja Zeno-Tour, für die globale GO-Tour. Es gibt ja jedes Jahr im Februar meistens eine GO-Tour mit jeder Region, wo einfach für die entsprechende Region alle restlichen Pokémon released werden, die noch nicht da sind. Plus die restlichen Shiny-Formen von den Pokémon, die schon da sind, die aber noch nicht in Shiny sein können und so weiter. Das ist auf jeden Fall immer ein Heidenspektakel, manche finden sogar die GO-Tour besser, krasser und heftiger als immer das GO-Fest. Im Sommer, jetzt gibt es das wieder vor Ort in Los Angeles, darüber möchte ich aber eigentlich gar nichts sagen. Wer sich dafür interessiert, der kann ja auf dem Blogpost sich das alles mal durchlesen. Ich möchte direkt zum globalen kommen, möchte euch das zeigen, hier ist auch so ein Trailer, da sieht man ja die ganze Zeit, Dialga Palkia in ihren hässlichen Urformen, wie hässlich die doch aussehen. Und dann gibt es auch Artikel, da geht es direkt um Dialga und Palkia, was die dann für super spezielle, coole Effekte haben. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich allgemein mit euch über die GO-Tour Sino reden. Welche Edition ich dann nehmen werde, weil man sich ja zwischen Diamant und Perl entscheiden kann, wie eben dann auch damals bei den Spielen. Und wo ich spielen werde, was mein Plan ist, was ich vorhabe, so, jetzt gucken wir aber erstmal hier rein. Pokémon GO Tour Sino global. Das ganze Ding ist am 24. und 25. Februar, das ist also Samstag und Sonntag dann, jeweils von 10 bis 18 Uhr Ortszeit. Ja, beide Tage um 8 Stunden lang zu spielen. Die meisten Leute machen ja den einen Tag immer Raids, den anderen Tag, also den zweiten Tag Raids. Jetzt, den ersten Tag machen sie immer Shinies fangen und so weiter. Jetzt, wie das hier alles abläuft, sehen wir. Kurzer Überblick einfach nur. Es wird wieder eine Team GO Rocket Spezialforschung geben, wo am Ende sicherlich auch wieder Giovanni am Start sein wird. Hier sind Pokémon, die zuerst in der Sino-Region entdeckt wurden, kommen da natürlich hin. Ja, dann darunter ist auch Kryphug am Start. Shiny Kryphug gibt es ja schon länger. Jetzt hat das hier auch wieder eine Rolle, vielleicht Krypto-Kryphug. Wer weiß das schon. Dann wurde angekündigt, ganz frisch, dass ja eine neue Meisterwerk-Forschung zur Verfügung ist. Das ist das einzige Ding, wofür man aber ein Ticket braucht. Das heißt, ihr braucht für das, also für Los Angeles bräuchtet ihr ein Ticket, für das globale nicht. Wenn ihr die Meisterwerk-Forschung haben möchtet, wo Shiny Shaman drin ist, garantiert, dann könnt ihr die kaufen, wieder für 5 US-Dollar, also bei uns wird es dann hier 5,99 kosten oder so vielleicht. Also die Meisterwerk-Forschung, wie jedes Mal, mit einem garantierten Shiny, mysteriösen Pokémon drin, die gibt es auch. Ich kaufe mir nichts, wer was verschenkt oder so, können da machen, ist mir aber jetzt nicht so wichtig. Shaman habe ich, glaube ich, schon im Pokédex eingetragen. Shiny kann ich eh nichts mit anfangen. So, ihr habt da so einen Reiter, da könnt ihr hier rüberdrücken. Es gibt also eine Meisterwerk-Forschung, es gibt eine Krypto-Forschung. Wir begegnen Dialga-Palkia in den Urformen mit besonderen Attacken, die besondere Effekte dann aufs Spiel ausüben. Das aber dann auch nochmal später. Etwas Seltsames braut sich zusammen während der ganzen Zeit erscheinen besondere Pokémon, die zuerst auch in der Hisui-Region entdeckt wurden, in Habitaten oder auch bei Raid-Kämpfen. Sehen wir auch dann nochmal. Wenn ihr Teamplay verwendet und gemeinsam mit Freunden im Teamplay dort unterwegs seid, kriegt ihr an beiden Tagen auch eine Teamplay-Forschung, die ihr lösen könnt beim Zusammenspielen der Sinotour, wo es am Ende Riggigigas gibt. Riggigigas? War ja jetzt kryptomäßig schon da, war auch normal da in den Raids, ist jetzt dann nochmal da in der Teamplay-Forschung. Braucht man jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Aber wer noch keinen Satz hat, freut sich. Diamant oder Perl? Ihr könnt die Unterschiede wählen, weil es ja wahrscheinlich in der verzweigten Forschung müsst ihr wieder einen Weg wählen. Und dann kriegt ihr dementsprechend die Medaille in euer Profil. Und am Ende kriegt ihr halt direkt auch eine Begegnung, wo ihr eben dann Dialga oder Palka direkt fangen könnt. Einmal. Ohne zu raiden. Natürlich könnt ihr auch Raids machen. Aber ihr kriegt die sowieso einmalig auch aus der Forschung, je nachdem, was ihr wählt. Wenn ich mir die beiden Sachen angucke, damals bei den Spielen, hab ich Perle gewählt. Ich hab Perle gespielt, ich hab Perle gezockt, ich fand die Farbe interessant, das hat mir irgendwie gefallen. Es gibt ja nur Blau oder so, ja, Lila, Rosa, Dings, was auch immer das ist. Ich muss auch sagen, hier gefällt mir auch rechts die Medaille besser. Ich find zwar, die Dialga ist das nützlichere Pokémon, was mir mehr Spaß bereitet hat, immer auf dem Hauptaccount in der GBL. Aber ich werde mich hier wohl auch einfach für Perle entscheiden. Für die rechte Begegnung, für die rechte Medaille. Wisst ihr schon, welche Medaille ihr nehmen wollt, welchen Weg ihr gehen wollt, was ihr besser findet? Das ist ja wie eben bei den Spielen auch. Ich bleibe da treu, ich hab damals beim Spiel, hab ich Perle genommen, also nehme ich hier auch das. So, können wir nochmal weiter? Nochmal weiter nach rechts können wir nicht. Wir können aber weiter hier runter. Das steht nochmal dabei. Es gibt ja wieder vier verschiedene Habitate. In den Habitaten, da kommen einmal die Icognitos, dann auch aus dem Rauch, mit den Buchstaben Sino. Und in den anderen Habitaten, also zwei Habitate, da ist Sino drin, zwei Habitate ist Hisui drin. Steht aber unten auch nochmal mehr. Bedient euch der Macht von Zeit und Raum. Jetzt geht's wieder um die zwei Würste. Dazu aber später mehr. So, neue Attacken. Dazu später mehr Raidkämpfe. In Raids. Beim Habitat geschäftigte Promenade und giftige Ausgrabungsstätte gibt es die Yalga-Palkia-Raids. Also ihr habt eine Stunde lang die Yalga-Palkia, danach die Stunde kommt die Yalga-Palkia in der Urform, dann die Stunde kommt wieder die Yalga-Palkia normal und dann kommt wieder die Urform. Bei historischer Hain- und geothermale Lagune gibt es die Urformen. Bei geschäftigte Promenade, giftige Ausgrabungsstätte, die normalen Formen. Ich weiß nicht, inwiefern die Urformen jetzt besser sind, sehen die nur anders aus, haben die genau die gleichen Werte, kommen die auf die gleichen WP. Mir gefallen die Urformen absolut gar nicht. Ich finde die beide ultra hässlich. Wer alles haben möchte, der würde natürlich in erster Linie jetzt auf die Urformen gehen, weil man von der Urform dann einen Hunderter will, weil man von der Urform vielleicht einen Shiny haben will, für die Sammlung, für alles. Ich würde wahrscheinlich beides vielleicht einmal versuchen zu raiden, dann aber eher auf die Yalga-Palkia gehen. Bonbons kann man ja trotzdem über alle holen. Die Yalga war, wie gesagt, früher in der Meisterliga für mich immer ein Team-Member, den ich immer dabei hatte. Palkia finde ich auch irgendwie ganz nett, aber irgendwie ist für mich die Yalga nützlicher. Und ich finde die normalen Formen eben schöner und besser als die Urformen. Das sind die Fünfer-Raits. Ursprünglich in der Sino-Region entdeckte Pokémon erscheinen während der Habitatstunden. Bei Raid-Kämpfen, geschäftigte Promenade, giftige Ausgrabungsstätten. Hm, ist ja auch getrennt, steht ja hier da. Guckt ihr euch die Dreier-Raits an. Ihr habt dann Sheldara, Panferno, Empoleon in zwei Habitaten. Und dazwischen gibt es dann immer Hisui, Silvaru, Hisui, Tonupto, Hisui, Atmurai. Muss ich sagen, die ganz normalen Stardar-Entwicklungen interessieren mich gar nicht. Die Hisui-Dinger sehen gerade mal interessant und cool aus. Vor allem, weil die shiny sein können. Die oberen können gar nicht shiny sein aus dem Dreier-Raid. Warum auch immer, die unteren können dann shiny sein. Aber Hisui, Tonupto und Atmurai hatten ja jetzt schon jeweils ihren Raid-Day. Wo man auch gratis Pässe hatte mit einer höheren Shiny-Rate. Hisui, Silvaru wird sicherlich vor der Tour auch noch seinen Raid-Day bekommen. Das heißt, ihr müsst sie nicht in Dreier-Raits raiden während der Xeno-Tour. Weil alle vorher sowieso ihren Raid-Day hatten. Und die ganz normalen Stardar-End-Entwicklungen, die kriegt ihr jederzeit. Überall könnt ihr machen. Haben Sie-Day gehabt. Tauscht die euch. Ich würde keine Dreier-Raits machen. Ich würde auch keine Einer-Raits machen. Denn hier gibt es Shellast, Panflam, Plinfa oder dann eben Bautz, Feurigel, Otaro. Aber das auch nicht so interessant, nicht so wild. Gut, muss ich sagen. Gestern habe ich mir ein Otaro im... Ne, heute ist der Termin. Heute habe ich einen Spezialtausch. Da kriege ich von jemandem ein Otaro, weil ich gar keinen Otaro habe. Aber ich würde es trotzdem nicht raiden. Das könnt ihr euch doch so dann mal rübertauschen lassen. Das ist nix. Das ist wirklich nix. Wenn ihr raidet, dann raidet bitte die Yalga, Palkia, die normalen und die Urformen. So, würde ich machen. Besondere wilde Pokémon erscheinen. Jetzt habt ihr hier nochmal die Habitat auch aufgelistet. Es geht los mit geschäftigte Promenade von 10 bis 11 Uhr. Dann kommen die anderen drei. Und dann wiederholt sich das Ganze ja nochmal. Deswegen ist geschäftigte Promenade von 14 bis 15 Uhr auch nochmal da. Historischer Hain. 11 bis 12. 15 bis 16. Giftige Ausgrabungsstätte. 12 bis 13. 16 bis 17. Geothermale Lagune. 13 bis 14. 17 bis 18. Was sind da jetzt für Pokémon drin? In geschäftigte Promenade. Also 10 bis 11 und 14 bis 15. Haben wir zwei Pikachus mit verschiedenen Mützen, die neu am Start sind. Auch shiny sein können. Hoffe ich, dass sie neu sind. Und ich erzähle keinen Mist. Magnetilo, Elektrik, Porygon, Trassler, Plinfa, Staralili, Bidica, Burmi, Barmelin, Schalellos, Schalellos, Driftlon, Charmian, Finion. Jetzt könnte man hier nicht sagen, das ist sogar als shiny da. Aber es sind ja alle als shiny da. Das ist ja der Sinn der Tour, dass eben jedes Pokémon shiny sein kann. Und die, die noch nicht shiny sein konnten, eben noch als shiny eingeführt werden. Was ist jetzt hier aber nützlich? Magnetilo finde ich sehr nützlich. Elektrik finde ich nützlich. Trassler finde ich nützlich. Ja, das wären meine Favoriten. Auf dem Hauptaccount hätte ich natürlich mich um die Pikachus gekümmert und so. Sonst sehe ich gerade gar nicht. Ist da noch ein shiny dabei? Was ist bisher noch nicht? Gab es Pidiza shiny schon? Ja, ich glaube schon. Doch, Pidiza müsste es schon gegeben haben. Also ich glaube, alles was hier drin ist, gab es schon. Finion? Finion müsste auch. Aber es sind mehrere starke Pokémon dabei. Kommen wir zum historischer Hain. Da habt ihr auch diese... Da habt ihr auch die Pikachus drin. Ihr habt Hisui, Fucano, Voldobal, Tangela, Evoli, Traunfugil, Nasknid, Roselia, Shellast, Zepurze, Burmi, Wadribie, Kikugi, Bronzel. Pikachus wieder da. Ansonsten, was ist nützlich? Roselia finde ich cool, finde ich stark. Und ja, das war es. Mehr finde ich, ich persönlich finde da mehr nicht so interessant. Hisui, Voldobal müsste neu als shiny dann drin sein. Den gibt es ja, glaube ich, noch nicht. Ansonsten, wenn ich was auslasse, was noch sein kann, schreibt es in die Kommentare. Kommen wir mal zu giftigen Ausgrabungsstätten. Ihr habt ja auch wieder die Pikachus. Und dann habt ihr Griffel, Janmas, Gorgler, Sneebel, Zwirlich, Scheinux, Cognodon, Schildarus, Burmi, Skungapu, Kaumalad, Tipobotas, Pionsgora, Gli, Bungel. Was finde ich hier nützlich? Sneebel nützlich. Als Unlicht, auch als Eis, Cognodon, auf jeden Fall mega interessant. Kaumalad, richtig stark, richtig brutal. Sind auch aber nur drei Sachen, die ich jetzt interessant finde. Was ist neu dabei? Das oben müsste schon alles gehen. Das gibt es, glaube ich, alles. Das auch. Skungapu als shiny gibt es, glaube ich, noch nicht, oder? Das müsste neu sein. Gehen wir mal auf das letzte Habitat, Geothermale Lagune. Ihr habt ja auch wieder die Pikachus drin. Ihr habt Hisui, Baldorfisch, Hisui, Sneebel, Schlurp, Rihorn, Magma, Eboli, Togetic, Kramurks, Quiegel, Schnäppke, Panflam, Haspirosh, Schneebedeck. Hisui, Baldorfisch müsste neu als shiny drin sein. Und, ja, ich glaube, das war es auch schon wieder an den Neuen. Was ist jetzt hier nützlich? Hisui, Sneebel feiern viele Leute. Rihorn finde ich absolut genial. Immer noch. Kramurks ist stark, Togetic ist stark, Quiegel ist stark, Schnäppke, Schneebedeck, auch Megaentwicklung noch dabei. Habe ich bei den anderen gerade gar nicht dazu gesagt, aber weiß ich nicht. So richtig neu ist halt nix. Aber es gibt ein paar Shinies noch dazu. Für mich ist halt jetzt dieser Sammelwahn nicht mehr da, seit ich den Main-Account nicht mehr habe. Es ist schwierig, das immer zu beurteilen. Wer jetzt Shinies noch sucht, der hat auf jeden Fall da bestimmt einen guten Tag, weil, ja, alles einfach shiny sein kann. Ein paar interessante Pokémon sind auch dabei. Wenn wir jetzt weiter runtergehen, haben wir auch noch die Rauchbegegnungen, dass ihr seht. In Promenade- und Ausgrabungsstädte gibt es eben die Sino-Ikognitos. Und bei Hain und Lagune gibt es die Hisui-Ikognitos. Ist da was Neues dabei? Weiß ich nicht. Interessiert mich aber auch gerade nix mehr, weil sammle ich jetzt eh nicht mehr. Es müsste aber, glaube ich, schon fast alles gegeben haben. Wenn da noch ein Neues dabei ist, das I gab es auch schon, oder? Ich glaube, da ist noch nicht mal ein neues Ikognito dabei. Die Ikognitos gab es, glaube ich, auch schon alle. Eier. Pokémon aus Eiern. Während des Events. Zwei Kilometer Eier. Knospi, Klingplim, Mobei, Pantibimi, Bonera, Mamfaxo, Mantirps, Riolu. Riolu, auf jeden Fall nice. Rest ist scheiß. Was ist neu? Das gab es noch. Klingplim müsste neu als shiny sein. Auf jeden Fall. Bam, 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 bam. Und ich glaube, das war es. Klingplim müsste neu sein. Der Rest müsste passen. Fünf Kilometer Eier. Hisui, Voldoball, Baldorfisch, Skungabu, Kaumalat. Ja, Kaumalat immer noch nice, wie gesagt. Voldoball und Skungabu müssten, glaube ich, neu sein. Ach so, Baldorfisch auch. Also die Fünf-Kilometer-Eier für die Shiny-Jäger müssten am interessantesten sein. Und wer kein neues Shiny kriegt, kriegt vielleicht einen Kaumalat. Freut sich. Und die Zehn-Kilometer-Eier, das sind traditionell ja immer bei den Touren, bei diesen Goat-Touren, die regionalen Pokémon drin. Ja, Pachirisu, Plauderguy, Venufli bist. Die sind alle drei neu als Shiny. Wer die Pokédex-Einträge noch absolut gar nicht hat, freut sich auf die Zehn-Kilometer-Eier, damit er sich alle drei Dinger holt. Die richtigen Eier-Brut-wütenden Menschen, die brüten so lange, bis sie alle drei in Shiny haben. Ich habe sonst auch immer alles gegeben. Wir sind immer richtig ausgerastet, haben da reingebuttert, bis auch in den Touren alle regionalen Shinies am Start waren. Da sind die Leute auf Tropius dann immer abgegangen, auf Rilikan und so weiter. Hier denke ich, ich werde auch nicht so viel brüten, weil ich brauche meine Coins für andere Dinge und so viele Brutmaschinen habe ich nicht. Free-to-Play mittlerweile. Deswegen sind alles drei Dinge, die man sich tauschen kann, ohne Shiny. Einfach nur die normalen Pokémon für den Pokédex-Eintrag würde mir schon reichen. Mehr brauche ich da gar nicht. Ihr freut euch natürlich hier über diese Teile und mal gucken, wie die dann alle aussehen. Ich denke mal, für Raid am Mittwoch werden da viele coole Einsendungen kommen. Noch mehr Spaß wartet auf euch. Das gucke ich mir aber gar nicht an. Ich gehe direkt nochmal zu den Boni. Alle Trainer erhalten an den Event-Tagen zwischen 10 und 18 Uhr die folgenden Boni. Eine halbierte Schlüpfdistanz, damit noch schneller die Brutmaschinen verbraucht sind und ihr noch mehr Brüder kauft. Sechs Spezialtäusche pro Tag, halbierte Sternstaubkosten beim Tauschen. Und das Fanrate-Limit ist komplett aufgehoben. Ihr könnt unendlich viele Fanrates machen. Von Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23.59 Uhr. Jetzt sind wir ganz unten angelangt. Jetzt gehe ich nochmal hier rüber. Denn da habt ihr nochmal kurz was zu den Urformen von Dialga und Palkia. Bei denen ist es so, Dialga kann einen Abenteuer-Effekt Zeiten leeren. Der kriegt die Ladeattacke, wenn ihr den jetzt dort bekommt, Zeiten leeren. Damit könnt ihr eure Sachen wie Glücks-Eier, Sternstücke, Abenteuer-Rauch oder den normalen Rauch verlängern. Das müsst ihr aktivieren, indem ihr Staub und Bonbons, also hier, Zeiten leeren kostet 5000 Staub und 5 Dialga Bonbons, um das zu aktivieren, dass das dann ein paar Minuten, wo steht es denn, bla bla bla, 6 Minuten. Wenn ihr das aktiviert für 5000 Staub und 5 Bonbons, wird 6 Minuten lang die Timer angehalten für diese Sachen, die sonst normalerweise ja ablaufen. Ihr macht hier Sternstück an, halbe Stunde. Wenn ihr das aktiviert, geht es halt 6 Minuten dann länger sozusagen, weil 6 Minuten die Zeit nicht weiterläuft. Ihr haltet die Zeit an. Ihr könnt das in dem Fenster aber bis auf 24 Stunden hochschrauben. Von 6 Minuten auf 24 Stunden. Es kostet aber jedes Mal wieder Staub und kostet Bonbons. Ihr könntet aber ein Glücksei anmachen, könntet Zeiten leeren, aktivieren, dass dieses eine Glücksei 24 Stunden läuft. Das könntet ihr machen, das ist aber teuer. Jetzt habt ihr diese Attacken natürlich nur, wenn ihr die dann raidet. Ihr könnt auch bei der Los Angeles Tour, könnt ihr die ganze Zeit raiden und könnt Fanraids mitmachen. Weil die aber vor dem globalen Event ist, habt ihr noch nichts davon. Ihr habt nur was davon, wenn ihr dann zum globalen Event raidet, dann haben die erst diese Attacken. Ihr könnt vorher euch die Pokémon holen, aber die haben noch nicht diese Event-Attacken. Bei Palkia ist es jetzt genau anders. Da wird die Zeit nicht gestoppt, da wird der Raum erweitert. Könnt ihr auch für 5000 Staub und 5 Bonbons den Raum erweitern. Was hier dadurch gegeben ist, dass euer Radius für die Pokémon, die drumherum sind und erscheinen, erweitert wird. Ihr seht das auch in dem Bild. Das wird aktiviert. Und hier habt ihr dann so einen komischen Kreis drum, wo einfach mehr Pokémon erscheinen. Wo der Radius, wo ihr was seht, einfach größer wird. Das könnt ihr auch wieder auf bis zu 24 Stunden dann erhöhen und habt halt einfach mehr Spawns. Das ist nochmal alles aufgelistet auch. Die Werte davon, aber ja. Ich muss sagen, ich finde beides uninteressant. Ich nutze sowieso fast keine Sachen. Ich nutze am Sea Day ein Glücksei. Ansonsten nutze ich Glücksei nicht. Gut, dass man vielleicht sagt, da geht das Glücksei dann 6 Minuten länger. Das macht es jetzt auch nicht fett. Dass man andere Sachen hat, wie Rauch oder wie Sternenstücken. Sternenstück 24 Stunden laufen zu haben bei einem Event. Das klingt schon gut, aber ich benutze solche Sachen gefühlt gar nicht. Deswegen mache ich mich da gar nicht fett. Ich mache mir nicht mal so einen Stress. Ich versuche das alles nur noch so nebenbei. Ein bisschen für euch auch festzuhalten. Die grundlegenden Dinge zu machen, wenn mal Forschungen kommen, Rates. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich werde die Perle-Version nehmen. Und ich weiß, wir sind dann in Gera beim Thomas. Denn wir sind schon mal beim globalen Go-Fest vor zwei Jahren in Gera gewesen beim Thomas. Da war auch die Andrea dabei, da war die Genaya dabei. Da sind wir immer auf dem Markt rumgesteppt. Haben da uns auch niedergelassen, haben da auch Mittag gegessen. Das war richtig cool. Und wir werden diesmal auch wieder nach Gera fahren. Das heißt, wer in Gera wohnt, wer in der Nähe von Gera ist und das sagt, er weiß nicht, wo er die Sino-Tour spielen soll. Go-Tour, Sino. Vielleicht habt ihr Bock, auch auf Gera. Und man kann dann gemeinsam als Gruppe ein bisschen rumlaufen, ein bisschen rummachen. Ich würde sicherlich wieder eine Stunde streamen und den restlichen Tag dann das Go+. Ein bisschen klickern lassen, Mittag essen und einfach dann gucken, was bei rumkommt. Ich habe keine Ziele eigentlich. Ich will einfach nur eine gute Zeit haben. Möchte nicht zu Hause sitzen, damit man wirklich merkt, das ist kein normales Event. Das ist auch kein Sea-Day. Das ist eben eine Sino-Tour. Das ist eine Go-Tour. Und da möchte man eben woanders hinfahren und einfach mit einer kleinen Gruppe zusammen das auch spielen. Also wenn ihr Bock habt und sagt, oh, da wäre ich auch dabei, kann man ja was ausmachen. Dann sagt mir Bescheid. Und ja, ich bin ja eher so einer, ich bin so ein Thomas-Schläfer. Also ich wäre ja dann zum Thomas gefahren und hätte gern beim Thomas übernachtet. Weil immer wenn irgendwo in irgendeiner Stadt irgendein Event ist, gucke ich, ob irgendeiner in der Stadt wohnt, der Thomas heißt. Und versuche dann bei dem zu übernachten. Das hat beim letzten Mal ja auch geklappt. Pupsi mittlerweile ist eher so eine Hotelfrau. Die sagt, es reicht, wenn einer schnarcht. Da brauche ich nicht zwei Leute in der Bude, die schnarchen. Deswegen wollte sie eher ins Hotel. So, jetzt haben wir 200 Euro Hotel gebucht. Für die zwei Übernachtungen. Das passt schon. Also ist ja ein besonderes Event. Das kann man ja mal machen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Thomas. Bei Genaya weiß ich auch, dass sie dann da sein wird. Wir das dann alles zusammen spielen wollen. Und wer vielleicht auch noch Bock hat, schreibt halt mal unter das Video. Oder macht was aus. Oder meldet euch im Fan-Chat. Oder meldet euch privat. Wenn ihr in Gera wohnt, wenn ihr in der Nähe von Gera wohnt, wenn ihr extra nach Gera kommen wollt, hin und her. Wenn ihr mal einen Thomas anfassen wollt, live sehen wollt. Wenn ihr mit der Genaya ein Bier trinken wollt, dann schreibt es rein. Dann kriegt man da sicherlich hin. Was habt ihr für Ziele für die Sino-Tour? Auf was freut ihr euch am meisten? Ich werde ein paar Rates machen. Chillig mit den anderen zusammen. Werde gucken, dass ich die Spezialforschungen abschließe. Nebenbei, was da an Shinies reinkommt, vielleicht durch das Go Plus Plus. Das ist so. Irgendwann gibt es ein Ausbeute-Video dazu. Aber dieses Jahr alles ruhig, alles chillig. Man muss nicht alles haben. Man muss nicht alles sofort haben. Das war sonst immer ein bisschen stressig. Dass man immer nur jetzt drauf konzentrieren. Eher mit ein paar Leuten. Dann noch schönen Mittagessen vielleicht. Und einfach eine gute Zeit haben. Grüße an Thomas. Grüße an Genaya jetzt schon mal. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Schreibt rein. Welche Edition nehmt ihr? Wo spielt ihr? Und was sind eure Ziele? Ciao.